Schlank und kompromisslos. Mit diesen Begriffen lässt sich das Logistikkonzept der Hans-Kohler-AG gut beschreiben. Bei großdimensionierten Blechen und langen Profilen kommen hier manuelle Mehrwegestabler zum Einsatz. Zu den Hauptlieferanten zählt die Hubtex Maschinenbau GmbH und Co. KG, die in der Schweiz durch die Rohrer Mati AG vertreten wird. Für Hubtex sprachen vor allem drei Gründe. Es ist maßgeschneiderte Lösung, die Servicequalität war ausschlaggebend und das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist hervorragend. Maßgeschneidert bedeutet, dass sich die Mehrwegestabler perfekt an die vorhandenen Platzverhältnisse und Gangbreiten anpassen. Dahinter steckt ein tiefgehendes Baukastensystem, mit dem sich jeder Sonderwunsch zu wirtschaftlichen Kosten erfüllen lässt. Seit 2015 hat die Hans-Kohler-AG bereits zwei Mehrwegestabler vom Typ MQ40 angeschafft, sodass der Stahlhändler schon viele Erfahrungen mit Hubtex sammeln konnte. Er ist sehr gut ausgerüstet, hat gute Ergonomie und ist sehr zuverlässig. Der jüngere der beiden Stapler stammt aus dem Jahr 2017 und verfügt über eine umfangreiche Sicherheitsausstattung. Dazu zählen zum Beispiel zwei Ultraschall-Abstandssensoren, die den Fahrer vor Hindernissen außerhalb des Sichtbereichs warnen. Die Regalführung erfolgt über seitlich angebrachte Führungsrollen und weitere Ultraschallsensoren. Damit erkennt der MQ40, sobald er sich in einem der Gänge befindet und richtet dann automatisch die Räder auf Längsfahrt. Der Langgut-Gabelträger verfügt über eine extra breite Auflage, damit sich die mit dem Stapler vorwiegend transportierten Stahlprofile und Rohre mit einer Länge von bis zu sechs Metern nicht durchbiegen. Eine weitere wesentliche Erleichterung bringt die HX-Lenkung, die für den MQ40 als Option angeboten wird. Das patentierte Längssystem ermöglicht den Wechsel von der Längs in die Querfahrt ohne Zwischenstopp, was das Manövrieren beschleunigt und vereinfacht. Außerdem minimiert die HX-Lenkung den Radverschleiß, weil der Fahrtrichtungswechsel während der Fahrt erfolgt und die Räder deshalb nicht mehr auf der Stelle drehen. Fazit, mit seiner individuellen Ausstattung passt auch der zweite Hubtex MQ40 ideal zum Anforderungsprofil im Langgutlager der Hans-Kohle AG. Und wie läuft die Zusammenarbeit mit Roramati? Wir werden ernst genommen, unsere Wünsche werden erfüllt, also wir sind äusserst zufrieden.